Die Welt ist voller offensichtlicher Dinge, die aber keiner von uns jemals bemerken würde. Shakespeare? Sherlock Holmes. Das ist die große Detektivin. Meine Mutter, Harry Wilde. Das ist unsere Mom. Honor Kenny. Du hast gewusst, dass sie da ist. Jemand hat meinen Freund umgebracht. Und wir werden rausfinden, wer. Sie gucken schon wieder so. Hab ich dich nicht gut ausgebildet? Harry! Das kommt jetzt echt unerwartet. Kann man wohl sagen. Wir stehen gerade ganz kurz davor, dass meine Mutter diesen Fall löst. Noch zwei Menschen tot. Sowas wie Zufälle gibt es nicht. Wer hat Ihnen das Kommando hier übertragen hören? Das war ich. Harry ist eine unglaubliche Nervensäge, aber sie ist brillant. Sie darf nie erfahren, dass ich so etwas sage. Na, was denkst du? Sie werden sich erkälten. Ja! 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 Haben Sie sie abgewimmelt? Haha. Sie werden schnell rausfinden, dass man mich nicht so leicht abwimmeln kann. Ich hab das nicht so gemeint. Ja! 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 Da! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020